Hallo, schönen guten Tag. Ich komme gerade von Fridays for Future Köln hier am 22.11.19. Fridays for Future Köln hier, das war jetzt gerade der letzte Streik vor dem 29.11. Wir sind vom Bahnhofsvorplatz gelaufen zur Universität zu Students for Future, wo am Montag die Public Climate School vom 25. bis 29.11.2019 stattfinden wird und hoffentlich auch rege über den Lösungsansatz der Scientists for Future 2 mit dem System Change, der Beendigung des Kapitalismus durch sanfte Zwischenschritte und 900 Milliarden für das Klima, Kohlestopp 26, Bedachung aller Dächer in Deutschland mit Sonnenkollektoren und so weiter, was auch immer gewünscht wird. Viele Programmpunkte hier, der ganze Terminkalender. Hoffentlich weiß der Infopoint vor der Uni dann hoffentlich, wo es hingehen muss und wo man sich hinwenden muss. Ja, wir gehen wieder Scientists for Future 2, markieren, markieren, na, was sagt die Maus, was hat sie für Probleme? Wir markieren hier Scientists for Future 2, rechte Maustaste, Google nach. Wir sind hier auf Scientists for Future 2. Hier ist der YouTube-Kanal zuerst. Den brauchen wir eigentlich jetzt erst einmal nicht, obwohl wir können uns den mal anschauen. Das sehen wir. Also hier so Videos, die Playlist hier unten, Playlist, alle ansehen. So, da kann man sich dann durchklicken hier durch die Playlist. Das ist jetzt also kein befreundeter Kanal, der also unsere Videos übernimmt, sondern unser eigener Kanal hier von den ehrenamtlichen Assistenten von Scientists for Future 2. Ich mache mal den Ton weg, damit das nicht immer dazwischenhaut. So, soweit Bilder. Ja, was gibt es Neues zu berichten von Fridays for Future Köln? Hier an der zweiten Stelle gehen wir auf Startseite und dann haben wir hier sozusagen das Angebot. Ja, die Gespräche haben ergeben, die heutigen Gespräche haben ergeben, dass doch ein gewisser Prozentsatz der jungen Leute, sogar auch ein Vater mit seinem kleinen Sohn, doch einerseits zwar, es begrüßten das Angebot der Professoren und der Scientists for Future 2, den Kapitalismus durch eine Strategie der sanften Zwischenschritte zu verändern und in diesem Sinne ein System Change sozusagen zu machen, ein Antikapitalista sozusagen, was ja skandiert wurde, oder eine Gemeinwohlwirtschaft sozusagen oder eine Gemeinwohlausrichtung der Wirtschaft zu erzielen. Und aber doch am Ende war er doch dafür, dass er schon im ersten Schritt eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel, also letztendlich Enteignung und ähnliche Dinge wollte. Ein anderer junger Mann war auch eher so für die Revolution. Und jetzt noch einmal die Kernaussage. Die Scientists for Future 2 sagen, der schnellste Weg zu so etwas wie einem urechten, urdemokratischen Urkommunismus, urmatriarchalen Urkommunismus oder Ursozialismus und echte Demokratie, also ganz anders als Russland oder DDR oder so, sondern einen echten, menschenfreundlichen System mit urkommunistischen Zügen und urmatriarchalen, urkommunistischen Zügen, den erreicht man am schnellsten durch die Strategie der sanften Zwischenschritte, denn ihr werdet keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler finden, der denkt, dass in Deutschland eine Revolution mit Enteignung aller Produktionsmittel, Vergesellschaftung aller Produktionsmittel und so weiter, dass das wirklich kommen wird ohne Blutvergießen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass wir dann automatisch wieder in der gewaltsamen Revolution sind und in der gewaltsamen Revolution setzen sich dann die diktatorischsten Persönlichkeitsstrukturen durch und am Ende haben wir wieder pseudosozialistische, pseudokommunistische Diktaturen, Stalin, Mao, Fidel Castro und ähnliches. Am Ende haben wir wieder Diktaturen und dadurch, dass auch in der Reihenfolge nicht genügend drauf geachtet wurde, haben wir dann oft auch gescheiterte Wirtschaftssysteme und so weiter. Also das heißt, wenn wir einen echten, den Ausstieg aus dem Kapitalismus wollen, dann muss der mit Vernunft und Verstand gemacht werden und nicht so, dass am Ende eine Ruine übrig bleibt aus dem Land. Ja, also das war es. Also das Wesentliche, also ich hoffe, dass an der Universitätsreihe vom 25. bis 29. dass dann mit den Students for Future hoffentlich ein Gespräch darüber möglich ist, wie kommen wir schneller weg vom Kapitalismus mit der Strategie der sanften Zwischenschritte oder mit einer radikalen Revolution. Und ich werde halt dafür plädieren, dass wir viel schneller sind und viel erfolgversprechender und viel größere Chancen haben, wenn wir mit der Strategie der sanften Zwischenschritte jeweils mehrheitsfähige Zwischenschritte machen. Die Studie hat ja ergeben, dass die ersten Zwischenschritte der Scientists for Future II bis zu 56 Prozent der Wählerstimmen bekommen haben. Also das in einer simulierten Bundestagswahl. Das bedeutet also, wir haben ganz große Chancen, den Kapitalismus ganz, ganz schnell loszuwerden. Viel schneller als mit der Idee einer gewaltsamen Revolution oder einer Revolution, die dann automatisch gewaltsam wird, weil sie sonst keine Chance hat. Und dass wir so viel schneller weg vom Kapitalismus kommen. Und ich träume ja auch selbstpersönlich von dieser urkommunistischen, paleoanthropologisch, evolutionsbiologisch vernünftigen, urmatriarchalen, urkommunistischen Szene, die dann von selbst wieder entstehen darf, weil der Kapitalismus nicht mehr als Unterdrücker wirkt, sozusagen nach dem Motto, je unglücklicher die Menschen werden, desto mehr Umsatz. Also der einsame, kaufsüchtige Single ist die Gewinngrundlage. Ja, und dann hoffe ich mal, dass ab Montag da wirklich gute Diskussionen in den Veranstaltungen möglich sind, wo es um die Frage geht, wie kommen wir zu 900 Milliarden fürs Klima am schnellsten? Wie kommen wir weg vom Kapitalismus am schnellsten? Wie können wir durch Wegkommen vom Kapitalismus am schnellsten diese 900 Milliarden Euro einsparen und erwirtschaften und dann rüber tun ins Klima? Und wie kommen wir schnellstmöglich zur Klimaneutralität und machen gleichzeitig System Change als Finanzierungsgrundlage für Klimaschutz. Bis bald. Tschüssi.